Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und warum sollte das nicht für Heavenly Bodies gelten? Was meinst du, Daniel? Na, ich weiß ja nicht, aber wir haben ja beim letzten Mal schon unser Weltallpferdchen gemacht. Also ich hoffe mal, dass der Schwimmunterricht nicht wieder so tragisch ausfällt. Und bitte, bitte, bitte steck mich nicht wieder in irgendwelche Röhren rein. Wir erinnern uns schmerzhaft und ehrlich gesagt, ich war wirklich froh, dass man sowas dann mal hinter sich hat. Aber den DLC habe ich trotzdem gleich gekauft. Der heißt Clean Up. Zu deutsch, räum dein Zimmer auf, sonst gibt es hier Ärger. Sonst geht es ohne Nachtisch ins Bett. Da fällt rein, wir haben im Hauptspiel ja das Weltall auch sehr mit Trümmern zugegleistert. Unordentlich hinterlassen. Jetzt müssen wir alles aufräumen, was wir im Hauptspiel hinterlassen haben. Ja, genau. Jetzt fahren wir da mit so einem Staubsaugerroboter durchs Weltall und uns saugen wieder alles auf. So, was machen wir denn? Eigentlich kann ich den hier überschreiben. Warum habe ich denn in der Mitte einen Speicherstand angelegt? Ich nehme einfach hier den ersten, so. Das weiß ich nicht. So, da Clean Up DLC. Und das bin jetzt ich. Und du wirst es nicht glauben, ich mache Newton-Schum. Nein, Quatsch. Ich mache klassisch. Ich sage mal so, wenn du diesen Newtonischen Dings da reingemacht hast, das hast du vielleicht für 10 Minuten dringelassen. Ich kenne dich. Ja. Selbst bei klassisch wird es knapp. Aber ich will mir noch mal Mühe geben, ob ich das schaffe. So, noch mal A drücken. Ich habe die Steuerung, glaube ich, schon wieder komplett vergessen. Das wird wieder sehr spannend. Ich auch. Also, es ist ungefähr so lange her, wie die Ausstrahlung des Hauptspiels. Eigentlich noch länger, dass wir es gespielt haben. Logischerweise. Okay, pscht. Lauter Trümmer. Update Tag 1. Okay. Oh, erst mal aufstehen. Ach nö, der Wecker. So früh schon. Die Sonne ist ja noch gar nicht da. Ja, ja, eben. Oh Gott. So, jetzt sage ich dir mal was zur Steuerung. Oh, wie konnte man festhalten? Ach ja, mit den Triggern konnte man. Oh Gott. Wieder diese Strömung. Oh Gott, ich hatte vergessen, wie fies das ist. Ähm, zur Steuerung. Was ist diese nahegelegene Raumstation? Wurde durch die explosive Stilllegung von HB-01 schwer beschädigt. Na und? Ich will nicht. Nein, wir müssen wieder reparieren. Das Energiemodul, das die Kernsysteme der Station antreibt, wurde deaktiviert und muss sofort repariert werden. Ja. Verwende die verfügbaren Werkzeuge und Komponenten, um die Funktionalität wiederherzustellen. Nach der Fertigstellung muss die Signalstation genutzt werden, um das Ausmaß, schönes SZ, der Schäden an der Raumstation zu beurteilen. Okay. Also vor lauter Gezuppeln. Hast du dir gemerkt, ja? Ja, ja, alles gemerkt. Warte mal. Zieh mal den Zettel. Wo war denn das? Ach so. Entschuldigung. So. Moment mal. Wo war denn das? Hier, Betriebshandbuch. Äh, mal aufmachen. Ach ja, stimmt. So. Warte. So. Krieg ich noch nicht mal das Handbuch auf. Also jetzt mal ganz ruhig. Was man so alles für Schwierigkeiten im Weltall hat, ne? Jetzt mal ganz ruhig. Ähm, ich hoffe, dass wir auch, oder was heißt auch, ich hoffe, dass wir in diesem DLC nicht allzu oft in der Weite des Alls treiben, weil dann werde ich wieder wahnsinnig. Und, äh, die Entwickler haben aktuell angekündigt, vor einer Woche oder so, eine Woche vor dieser Aufnahme, ähm, dass sie so einen Beta-Branch machen wollen, wo die Steuerung wieder überarbeitet wurde. Das heißt, wo man über Kopf auch intuitiv rudern kann. Aber das haben wir jetzt hier leider noch nicht. Ich hab nachgeguckt, der ist noch nicht, äh, öffentlich verfügbar, dieser Beta-Branch. Den konnte ich noch nicht auswählen, ja? Also. So. Weißt du Bescheid? So, also. Nee, nee. Nee, weißt du nicht Bescheid? Da steht, lösche das Feuer, ersetze die Sicherung, verbinde die Stromkabel neu. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Also. Wir werden durch Zufall schon mal die richtigen Genüge betrachten. Ja, erst mal, erst mal gucken, was hier leuchtet, so einfach es ist. Ich wollte ja schon die ganze Zeit, äh, mal hier, äh, mein Arm. Nein. Scheiße. Ah! Wo willst du denn? Ich will eigentlich nach links. Nicht mehr als nach links. Ja, da so. Da wollte ich mich langziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erst, echt, echt erst mal wieder reinkommen. Ja, das stimmt. Aber ganz tapfer, äh, ach so, hier ist zu, warte mal. Ich muss hier, na, na? Du brauchst ein Hebelchen. Ja, ja, ich mach schon, mach schon. Ach, da gibt's ein Hebelchen sogar. Es ist wieder gar nicht so einfach. Nee! Das ganze Elend geht von vorn los. Ich kann's ein Hebelchen nicht ziehen hier. Ah, na, da, nein. So, jetzt. Ich glaub, das sind für die Entwickler sehr dankbare Spieler. Die müssen gar nicht so viel Content kreieren, weil sie genau wissen, aufgrund der Steuerung brauchen die Spieler sowieso so extrem lang. Ey, wie soll denn das gehen? Ich krieg hier nicht mal die Position hin, um diesen... Warte, welcher Arm ist welcher der? Wollen wir vielleicht noch kurz klären, wer hier wer ist? Also, du bist, du bist rosa. Nee, Quatsch, nicht rosa. Ähm, hier orange, ne? Und ich bin blau. Ja, ich bin der, der verzweifelt, aber dadurch sieht man ja nicht... Ja, ich hab da schon mal die andere Tür irgendwie angekommen. Ey, kannst du das glauben? Das ist doch... Ach so. Ich sag hier mal für ein bisschen mehr Übersicht. Oder weniger. Ey, das kann ewig dauern, bis ich hier... Jetzt ruder dich mal da hoch, Junge, so. Warte, der muss da runter. Ich bin ja dran, aber... Ich kann nicht ziehen. Vielleicht ist der ja auch nicht zum Ziehen gedacht. Vielleicht klemmt er ja. Drücken, meinst du? Ja, oder so. Das Problem ist... Warte. Was war das? Das war der Arm? Ich bewege so den Arm. Ich muss da irgendwie... Alles trötet. Ey, wir werden schon längst verbrannt. Weißt du? In der Atmosphäre... Ich krieg den Scheiß nicht hin. Ist doch nicht zu... Das muss doch gehen. Naja, vielleicht ist das ja... Du kennst doch... Warte mal, da hinten ist ein Werkzeug, oder? Irgendwas blinkert doch da. Dann zieh ich mich jetzt. Warte. So, und jetzt... Ich bin der Meinung, ich mache irgendwie das Richtige. Ja, vielleicht geht's auch noch nicht. Ich hab da schon mal ein Kabel gezogen. Warte mal, ob das richtig ist. Ich komm mal zu dir. Oh, das sieht's ja auch nicht gut aus. Nee, das sieht nach Feuer aus. Das trötet ja schon wieder. Oh! Nein! Die Tür ist offen. Du musst nur durch. Alter, ist das... Nein. Red' ich da lang. Vielleicht soll ich mal auf dir warten, ne? So, dass die Kamera nicht so... Unnötig. Bisschen vielleicht. Klein ist. Warte. Soll ich zu dir runter, ja? Achso, hier war auch nichts? Warst du hier schon rechts drin? Ah! Nee. Achso, warte mal, da ist Werkzeug, ne? Da ist das Werkzeug. Ach, hier ist definitiv der Hebel kaputt. Ja, okay. Ich geh mal da hin. Warte. Oh! Mann! Das gibt es doch nicht. Komm, geht zu der Seite. Boah! Ich hatte vergessen, wie schlimm das ist, ne? Unfassbar. Unfucking fassbar. Warum treibe ich denn dann nach links ab? Ich will doch nur mal da hoch. Warte. Nein, nein, nein. Das ist ja ganz anders, als ich wollte. Oh! Also, man muss sich auch mehr... Ist schon wieder im Kreis gedreht. Man muss sich auch mehr angewöhnen, sich da festzuhalten, wo man mal eine Chance hat, sich festzuhalten, um hier überhaupt mal irgendwo ranzukommen. So, ich ziehe die Seite auf. Wunderbar. Ja, du kommst einfach und hast sofort auf... Sag mal so, gewisse Teile der Steuerung hatte ich aber beim letzten Mal eigentlich ganz gut drin. Ja, du hast ja fleißig geübt. Ja, ja, genau. Ich bin nur ein fetter Klempner und komme nicht mehr durch die Rohre, weil ich so frustriert bin. Weil die Prinzessin ja keinen Helden mehr braucht. Ja, deswegen habe ich mich Frust angefressen. So, jetzt, was gibt es denn hier? Kann ich das aufmachen irgendwie? Da sind doch Sachen drin, oder? Da ist doch... Ich gehe mal... Oh, hier! Oh, warte mal. Oh mein Gott. Diese Hebel, diese ganzen Hebel, die machen mich wahnsinnig. Warte. Der geht auch nicht. Was ist denn hier los? Also, da geht nichts auf hier, ne? Oh, warte mal. Guck dir das mal an hier. Ich will das aufmachen. Das ist nur Müll, oder? Ich kann es auch wirklich nicht ziehen. Guck mal, ich ziehe dran jetzt. Da tut sich nichts. Was ist denn das? Andererseits, diese blauen Pinökel, die leuchten. Ne? Als wenn man da noch was abschrauben. Oder festschrauben vielleicht eher. Oh Gott. Ja, ja, klar. Also, ranhalten und festschrauben. Vielleicht ist das ja... Kommst du da durch die Tür da hinten durch, da? Bei mir jetzt hier? Ja. Ja, die ist ja zu. Ach, dafür ist der Schalter wahrscheinlich gut. Ja. Was blinkt denn da eigentlich unter... Blinkt das noch? Ne, das sind nur Trümmer. Aber die blinken auch. Was ein bisschen seltsam ist, ja. Wo ist denn jetzt hier das Werkzeug dafür, Mensch? Ja, das ist eine gute Frage. Äh, warte mal. Super, jetzt hast du mich angeklämmt hier. Mein Kopf ist ja... Ich greife dich mal da zwischen den Beinen. Ich kriege den Arm da nicht rüber. Das ist da nicht zu fassen. Alter. Warte mal, wir sollten uns vielleicht mal einig werden, wer hier zuerst, ja? Diese Raumstation ist zu klein für uns beide. Ah, ich fühle mich schon... Oh Gott. Ja. Oh. Hättest du mal duschen können, bevor du im Einsatz... Darf man auch nicht blind hören, dieses Let's Play. Ah. So, also hier ist alles kaputt. Aber es hieß ja auch löschen, ne? Irgendwie. Es hieß ja auch löschen. Ich meine, theoretisch unten geht es vielleicht noch weiter. Aber ich wollte ja da ursprünglich jetzt erstmal nicht weiter. Ja, jetzt... Dann gehen wir jetzt mal unten weiter. Ups. Ich dreh mich. Ach Gott, hier müssen Kabel rein, oder hast du... Ne, ich hab da... Eins hab ich gezogen. Du hast gezogen. Eins hab ich gezogen. Aber hier ist doch auch nichts. Die anderen waren... Oh Gott. Nicht alles mehr, oder? Mal sehen, ob man die irgendwo... Irgendwo reinmachen kann, vielleicht? Wobei ziehen bei dem Gebritzel eigentlich sinnvoller ist, geb ich zu. Ne, da kann man glaube ich nichts mehr reinmachen. Also erstmal ist Löschen angesagt. Ich komm schon wieder total durcheinander, was hier links und was hier rechts ist. Sorry, dass ich jetzt genau das mache, was du nicht machen wolltest, ja? Ich komm wieder zurück. Oder ich warte hier. Ja, ich bräuchte ein bisschen... Ja, ja. Auf jeden Fall, denke ich mal, gibt uns das Spiel hier akustisch gerade den Hinweis, dass man hier richtig sein könnte. Oder? Meinst du, weil die Musik hier so ein bisschen Alarm schlägt? Ja, vielleicht sollen wir in die Kapsel rein, hier. So, gleich da. Oh nein, hier sind wieder so gelbe Strippen, um sich befestigen zu können. Das lässt nichts Gutes... Ah, 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 ah. Mann, ich war schon so weit. Warum drift ich denn jetzt wieder ab hier? Bin da. Ja, wer noch? Und was ist jetzt hier? Hier ist so ein Dingens in dieser Box drin. Sieht aus wie ein Batterie oder was? Wir machen uns fest und gehen einfach nie mehr raus. Dann gehen wir halt verloren. Da, guck mal, ich mach das mal... Ah! Das will nicht raus, so. Das war was wie eine Batterie oder so. Ja, ja, ja. Ah, ich mach's mal hier auf. Ey, es will da nicht raus, ne? Jetzt geht er raus, so. Okay. Wo setzen wir das jetzt ein? Falls das was zum Einsetzen ist. Konnte man das nicht? Warte mal... Äh, warte mal. Ich wollte das jetzt irgendwie mal festmachen bei mir. Ja, ach so. Aber... Wieder am Gürtel. Ich komm da nicht hin, wegen der blöden Kiste. Wieder am Gürtel befest... Oh, Mann! Dachte ich eigentlich auch. Ich muss mich jetzt mal hier festhalten, bevor der mir die Tür ins Gesicht schlägt. Sieht nicht so aus... Ach, komm, ich zieh's einfach mal mit. Dachte ich mir. Dachte ich mir. Ich nehm mal diese blöde Kiste hier weg, ehrlich gesagt. Kann ich das... Ich pack dich in die Kiste. Nein! So, weg, weg mit dieser Kiste. Und hoch mit mir. So, wo kann das Ding hin? Warte mal, da ist doch... Ah, ja, 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 ja. Ich dreh um, warte. Du hast vollkommen recht. Äh. Das nehm ich jetzt raus. Warte. Oh. Ah! So, mach rin. Mach rin, sagt er. Das ist... Äh, ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, 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 ja. Ah! So, ich halt mich hier fest. Das ist mal ein bisschen noch. So. Ich hoffe, ich bin nicht im Weg. Ha, 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 ha. Haus mir zwischen den Beinen. Wir haben jetzt zwischen die Beine hier. Ja. Du musst noch ein bisschen näher dran. Ah, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Lass mal los, würde ich sagen. Und dann nochmal nachsetzen oder so. Ah! Warum? Ich hab doch nur losgelassen. Warum passiert sowas jetzt wieder? Ah! Ist das falsch schon vielleicht? Komm auf, rein da. Hallo. Ich helfe. Ja, geh doch rein. Okay, ich will's nicht. Oder ist die... Oder müssen wir mehrere davon sammeln? Ist das ein funktionsfähiges, was ich rausgeholt hab, das woanders rein muss? Oder wir müssen wirklich erstmal Feuer löschen? Ja, das macht vielleicht mehr so. Aber wo ist denn der Feuerlöscher hier? Ja, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Oder überhaupt wahrscheinlich die erste Aufgabe. Aber dann... Du warst doch da unten. War das eine verschlossene? Da hab ich... Ja, ich hab die partout nicht aufbekommen. Kannst du ja mal probieren. Äh, nein, 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 nein. Nein! Warte mal, da ist noch ein Feuerlöscher. Ah, da ist noch ein Feuerlöscher. Ah ja, okay, ich schmeiß rüber. Ja, ja, ja. Würde ich ja gerne. Aber... Ja, ja, hier mehrere Stellen. Ganz fettgebesselt hier grad. Ganz fettgebesselt. Sowas aber auch. So ist denn da eigentlich noch so ein Alarm? Ja! Doin, so. So, okay. Nein! Das ist ja auch ein Getröte hier. Ja, kannst du da gerne noch mal probieren? Ich probiere, ob ich was... Ja gut, der Hebel, der sieht aber auch... Der sieht aber auch ein bisschen schief aus hier, ne? Hast du schon kaputt gemacht. Ich bin schuld. So, jetzt warte mal. Ah, jetzt... Ich bin nur zwei an Bord und ich war da vorne nicht dran, ja? So, jetzt müsste ich... Achso. Jetzt wird's ja wieder schwierig. Da komm ich ja gar nicht ran mit dem Arm, den ich... So, ich halt mich mal an dir fest, ja? Nee, oder auch nicht. Warte. Vielleicht dich drücken? Ich wollte mich ein bisschen... Oh! Jetzt hält der... Aua! Da, guck! Das ist doch vom Winkel her. Ich will doch irgendwo hin, wo ich löschen kann. Und zwar... Hey! Nein! Nein! Hallo, hier! Ja! Das ist ein Feuerschirm! So, warte mal. Ich muss mich nur hier festhalten. So, jetzt. Wie kann man denn da mal... So. Ja? Wie funktioniert der jetzt? Ja? Soll ich mal... Ah, da muss man wahrscheinlich näher ran? Willst du den... Soll ich den mal zu dir werfen? So? Ja, probier's. Und jetzt... Ich denke, nah ranhalten und dann aktivieren oder so? Ja, wie aktiviere ich das Ding? Da passiert nichts. Wie viel Schampanierflasche? Ja, schwierig, wa? Oh, 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 oh! Er driftet weg! Ah! Renni ihn! Renni ihn! Da unten brauchen wir ihn ja auch. Ist ja eigentlich egal, wo wir... Wo wir dann... Wo wir dann sind... Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn nur kurz loslassen. Mach nichts. Weil der in so einem blöden Winkel dabei rumkommt. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Aber irgendwo muss mal was gehen. Mit dem... Der hat ja so eine leichte... So einen leichten Interaktionspunkt, ne? Siehste. Aber der reagiert halt nicht. Ich werd nochmal versuchen, ranzukommen. Ah, ich denke, man muss diesen gelben Ring da noch abziehen. Ach so. Hier. Oh Gott. Oh. Ach, Mann. Das geht schon wieder weg. So. Aber wie ziehen wir den ab? Kannst du mal auf der anderen Seite das Ding greifen und... War der Plan. War der Plan. Ich versuch den hier irgendwie zu halten. Oh Gott. Oh Gott. Äh, wackeln wir mal noch... Wackeln wir mal noch mal. Ich mach das nicht absichtlich. Das ist nicht leicht. Oh Gott. Jetzt ist er eigentlich weg. Ich bin jetzt so halb verwirrt hier, weil ich jetzt nicht drauf gewartet hab. Komm ein bisschen zu dir. Oh. Moment mal. Ganz langsam. Ganz langsam. Hier. Ja, wir werden mal... Ich hoffe, ich halte den richtig, dass ich den auch am Ring halte und nicht... So, jetzt. So, jetzt da. Aber ich bräuchte vielleicht auch noch ein bisschen... Jetzt zuppeln. ...kalt irgendwo. Das bringt auch nichts. Ich muss mal kurz neu greifen, ja. Oh, 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 oh. Shit. Jetzt haben wir das umgekehrte Problem. So. Ich kann den immer nur... Ich kann den nicht direkt am Ring greifen. Ist das Schlimme daran. Also da an dem Schloss. Mann, da lässt man einen mal los, ne? Das ist echt... Das ist echt die Behinderten-Olympiade hier. Mann. Ey, da geht nichts. Nein, nein, nein. So heißt es aber nicht, du. Was? Wie denn da in eingeschränkten Sportspiele oder was? Ach, das geht doch auch nicht, ey, Mann. Oh, sorry. Schauen wir mal, ob du den schwarzen Ringstau vorne greifen kannst. Ach so, das... Oh, da habe ich auch ein A, stimmt. Da ist ein A, jetzt. Ah! Na, endlich. Ah, das... Da kommt ja auch das Zeug raus. War doch total easy, so. Okay, weiterschweben. Nach oben oder nach unten? Nach oben, also zurück. Oh, verflixt. Falsches. Ich halte ihn ja noch, ich kann ihn noch auslösen. Ja, genau. Du könntest mich ziehen, wenn du willst. Nein, nein, ich drifte einfach weg. Ah, aber das passt ja. Ich will den gerade nicht los... Ja, Drift Apart hier. Oh! Ich drifte auch weg, wenn ich den zündere. Kannst du gerade das Ding alleine? Ja, sehr schön. So, jetzt sagst du mal. Ich habe ihn gerade aus Versehen losgelassen. Ja, aber, 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 aber... Jetzt habe ich den wieder nur am Ring. Oh. Ich warte schon mal hier hinten. Hier war doch auch noch was, oder? Oder sind wir hier fertig? Hui! Sehr schön. Ja, das ist aber nicht schön, weil ich... Ich komme da raus. Was ist denn eigentlich mit den Beinchen geworden? Geht das immer noch, wenn man so... Guck mal, es geht immer noch. Bei dir ging doch das immer nicht. Wenn man so strampelt. Natürlich kann ich strampeln. Ja, aber, dass man damit auch vorwärtskommt, das ging doch bei dir immer nicht. Also, es geht, wenn man langsam macht. Aber es geht nicht so super gut wie mit einem Ärmchen. Obwohl mit einem Ärmchen eben dieses Gerudere furchtbar ist. So, brannte denn noch irgendwo was? Ähm, zumindest da oben erstmal nicht mehr. Wir werden jetzt hier unten auf der Batterie noch. Stimmt. Rudern. Rudern. Aber vielleicht brennt ja da unten noch irgendwas, ne? Wir waren jetzt auch nicht komplett da unten. Ah, mir brennt hier der Kamm, sage ich dir, ey. Was denn das schon wieder? Hä? Echt jetzt? Ey, ich gehe genau in die falsche Richtung. Da, wo ich nicht hin will. Das ist so... Legst dich wieder ins Bett, ne? War heute sowieso ein schlechter Tag. Ja. Kaum aufgewacht, brennt alles. Falsch ein Bein aufgestanden hier. Ey, Alter. Das ist so... Oh Gott. So unendlich umständlich. Oh, warte mal, da brennt noch was. Ah, Felix, ich habe den... Ey, ich komme hier nicht mal raus. Was ist denn das? So, jetzt. Oh mein Gott. Kannst du eine Feuerlöschung wieder mitbringen? Ja, ich stupse ihn da, also. Zu dir hin. Oh Gott. Und ich habe natürlich jetzt... Nein, 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 nein. Nicht gegriffen. Äh, äh, äh. Oh mein Gott. Äh. Huch. Ist denn aus der Schlangentechnik geworden? Geht die noch? Schlangentechnik? Also, jetzt habe ich den noch nicht an der richtigen Stelle, aber du kannst ja nochmal probieren. Guck mal, ob ich den nochmal... Okay, ich hätte ihn. Magst du nochmal am Schlauch ziehen? Ich versuche es. Warte. Das ist... Wo ist denn der? Ich glaube, den habe ich jetzt bei mir angepöselt. Den kann ich gerade nicht machen. Ach so. So, warte mal. Ich bring dir mal meinen Schlauch da ins Gesicht. Ja, ja, ja. Ha, da, hab's. Schön. Oh, endlich Ruhe. Abgeschlossen. Löschte das Feuer. Hat ja, hat ja nicht lang gedauert. Waren nur 20 Minuten, kein Ding. Genau. Jetzt wissen wir auch, warum der DLC so lange dauern soll, wie das Hauptspiel oder annähernd so lange. Wollen wir mal schmummeln, was noch war? Da steht Handbuch öffnen. Ich mach mal. Ersetze die Sicherung. Ja, das haben wir ja eigentlich schon gemacht, ne? Also fast jedenfalls. Ja. Wollen wir so nochmal festprökeln? Prökeln, ob's jetzt geht? Ja, mach ich. Dann mach du, komm. Ja, denkste. Da war gerade was, ne? Hat kurz ein Licht geleuchtet, ja. Ja, warte mal. Mein Gott, ey. Ey. Ups, ich wollte das Kabel ziehen, eigentlich. Da. Okay. Nur eine. Jetzt sollen die drin sein, die geht nur noch viel weiter rein. Nee, die ist an diesen Drähten dran. Jetzt müssen wir die ganzen Kabel ranmachen. Ach du Scheiße. Okay, ich guck mal, was ich hier oben... Ich sag da oben. Oben! Oh, alter. Dreh dich. Hier unten ist noch eins, ja. Ja, hier oben sind auch zwei, glaub ich. Ach so. Ich hoffe, die sind lang genug. Oh, eins hab ich gegriffen. Gott. Und zurück. Das ist schon mal diesen bescheuerten Feuerlösch. Es ist wirklich... Es ist wirklich so ätzend, wenn du mal so kopfüber bist. Nein, 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 nein. Ja. Kopfüber ist sowieso das Schlimmste. Komm jetzt, komm. Ach man. Ey. Erst mal festhalten. Meine Güte. So, da eins ist drin. Das ist eine Ackerei. Wie eh und je. So, jetzt vorsichtig, vorsichtig. Wo haben wir was? Ah! Nein, ich bin am Kabel vorbei. Nein. Nein, nein. Nein! Das ist drin. Das war ja einfach... Ja. Das ist schon drin, was? Nein, nein, nein. So, da haben wir was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ja! Okay, meins ist auch drin. Stromversorgungssysteme repariert. Oh. Was war das noch da? Ich greife auf die Signalstation zu. Ja, wo ist die? Hier unten war eine Kapsel oder sah so aus? Nicht wirklich. Naja, gut. Ich meine, wir haben eine Stimmung über den Fliss. Oben ist die Tür frei. Wie ging denn der Zoom? Ne, das war Kameradrehen. Entschuldigung. Mist. Hier, der Zoom. Hilft auch nicht viel. Okay. Wie drehe ich denn die Kamera wieder zurück? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Bitte nicht! Bitte drehe uns wieder in die richtige Richtung. Ja, es ist gar nicht so weit. Ach, das ist jetzt freies Drehen. Okay. Ich halte den Knopf gedrückt. Okay, so. Warte ich mal ein bisschen zurück. So war es vorher. So, was wollen wir jetzt? Wollen wir hier hoch? Ich würde es mal da oben zur Tür, weil ich meine, Strom ist wieder hergestellt. Ja. Möglicherweise gehen jetzt auch wieder die Schalterchen. Die Hebel. Das wäre schön. Ach, das sieht doch gut aus. Hätte ich mich ja... Ah! Schon wieder diese Scheiße. Mann! Okay, einmal offen. Greife auf die Signalstation zu. Lesen darfst du auch nicht nebenbei. Geh mal da rein. Ich mach mal hier weiter. Oh Gott! Alter! Ist doch nicht wahr! Da! Da festhalten! Da festhalten und... Oh! Da ist schon wieder Feuer da oben. Nein! Ach nö! Warte mal, ich hab ne Feuerlöcher ja noch dabei. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas anderes. Ach so, ich muss davon hin. Also da brauchen wir was zum fest wachsen hier, glaube ich. Ach, du hast den Feuerlöcher. Okay, warte mal dann. Ja, ja, ja. Ich muss nur wieder runterkommen. Ich kann so zumachen, aber was bringt das? Aber Feuer ist jetzt eigentlich gar nichts mehr Teil der Quest, also... Ich glaub, das lassen wir kügeln. Du machst nur, was du machen sollst, ja? Ja, genau. Ich muss mir das hier mal angucken. Hier ist auch wieder getröter ange... Ach du Scheiße! Guck mal, was hier alles brennt. Oh, hoppla. Ich hab den... Oh nein! Ich hab den Hebel! Ich hab den Hebel! Ach so. Ach so, hast du ja selber zugemacht. Ja, schade. Ja. So, dann wird er aufgemacht. Okay, ich hätte sonst... Hä? Nein! Nein! Wieso? Warte, ich kann sonst auch von innen aufmachen, wenn ich hier erfolgreich bin. Ach so. Ach, komm schon. Komm schon, warum klär ich denn jetzt hier so fest? Ja, bitte nicht ziehen, sonst bin ich jetzt wieder... Ja, ich will eigentlich nur hier weg, raus. Ach Gott. Oh, oh. Oh, ich zieh nicht. Okay, so. Ich treibe nur. Ich drücke. So, ach so, ich bin wieder der Löscher, oder? Wir versuchen, wer zuerst... Ich hab keine Ahnung. Wer zuerst erfolgreich ist, was? Genau. Da. Okay. Jetzt hab ich's leider an der... An der Hand, wo ich nicht gleichzeitig... Oh, das hat erstaunlich gut geklappt. Oh. So, was... Was macht man denn hier? Macht man hier was? Da hab ich nicht... Da kann man sich reinsetzen. Das ist ja so ein Sitz. Oh. Wenn man denn kann. Boing, boing. Okay. Die Signalstation bietet einen visuellen Überblick über die Station und die nahe Umgebung. Tja. Sehenswertes weist... Weist schreibt sie aber nicht mit SZ. Das kommt von Weisen. Auf Probleme hinweisen. Sehenswertes weist auf Probleme der Station hin, die beachtet werden müssen. Erkunde die Station, um sie zu entdecken. Haben wir das nicht die ganze Zeit schon gemacht? Ah, ich muss jetzt... Ich soll jetzt erkunden. So, drehen. Erkunde mal. Zwölf Objekte, ja. So. Oh Gott. Tja, schön. Also, wir müssen da oben rein. Und da drüben auch. Aber ich kann jetzt nicht... Warte, kann ich auch rechts, links... Ah, ja. So. Oh Gott, das ist ja richtig viel. Entsperren. Ich guck mal, was sich aktiviert. Entsperren. Die roten Dinger hier, ne? Reparieren. Die roten Dinger. PMU. Die runden... Ja, das sind dann unsere Aufgaben, würde ich sagen. Neu verbinden. Reparieren. Oh, du Scheiße. Oh, oh. Ich glaub, wir ver... Stimmt, da geht's auch wieder ins freie Weltall hinaus. Ich glaub, wir verbringen den ganzen DLC hier. Also, hier unten ist nichts mehr. Da müssen wir auch was machen, wo wir gestartet haben. Aber da haben wir ja noch nicht aufgeregt. Abgeschlossen. Verwende Signalstation, um Sehenswertes zu lokalisieren. Okay. Dann geh ich jetzt raus. Und dann... Ja, gut. Jetzt haben wir natürlich diese Anzeige. Update. Nutze das Kommunikationsterminal, um die heutige Nachbesprechung zu erhalten. Na, super. Ja, ich glaub, wir sind für die Mission durch, tatsächlich. Huch. Ich wollte eigentlich raus. Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, ich bin draußen. Tja, schon fertig, ja? War ja easy. Ja, ja, schon fertig, genau. Wie die Profis sind wir hier durchgerannt. In nur einer Folge, die gleich vorbei ist. Ich kündige jetzt schon mal an. Oh Gott. Ja. Ich drück dich raus. Ne. So. Okay. Jetzt nach unten, was? Jetzt nach unten. Ja, irgendwie... Da ist es nicht unten. Ach, scheiße. Oh, Mann. Die Tür lasse ich auf. Drück dich mal durch, warte. Ach, sag jetzt da. Okay, super. Greif. Greif die Mission. Ja, super. Ach nee, man muss ja da oben drücken. Achso. Das war nochmal neue Zettel hier, ne? Nee, da, wo es leuchtet. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Aber irgendwann komme ich da auch hin. Ja. Irgendwann. Schieb mir mal bitte nicht an. Okay. Dann bleibe ich jetzt einfach nur hier. Und sehe hübsch aus. Äh, wie jetzt da? Greifen. Genau. Und berichten. Berichten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann mir das so ganz ohrhalten. Viele der Kernsysteme der Station sind nicht mehr funktionsfähig und müssen repariert werden. Allerdings ist die Station mit gefährlichem Weltraummüll übersät, unter anderem mit uns, der beseitigt werden muss. Wir sind aber biologisch abhabbar. Die Anweisungen für die Beseitigung der Trümmer treffen morgen ein. Bis dahin kannst du dich bedenkenlos im Schlafquartier ausruhen. Bedenkenlos ist auch ein Fremdwort in diesem Spiel. Ja. Schon irgendwie. Oh Gott. Wir sollen uns schlafen legen, habe ich so richtig verstanden. Ich will in mein Bettchen. Ich muss erst mal hier raus. Nein. Alter. Was hatte ich? Hatte ich das hier? Ich bin mir Kopf rum hier. Gut, ich bin eingepackt. Guten Tag. Sieht aus wie Kenny aus South Park. Ja, stimmt. Warte mal. Dann probiere ich mich jetzt an der Seite aus. Oh mein Gott. Ah, endlich mal Ruhe. Oh Gott. Tag zwei. Uff. Ja, bleibt mal genau so. Wir haben eine schöne Folge jetzt. Eine Mission, eine Folge. Unglaublich. Das ist doch super. Ja, wir wären an der Stelle durch und wer mal den jeweils anderen Kanal besuchen will, der klickt in die Videobeschreibung. Da haben wir uns gegenseitig verlinkt. Kanal AFK oder Kanal Spielsatz Fail. Da seid ihr dabei. Ja, und dann geht es beim nächsten Mal mit Tag zwei weiter. Dann werden wir hier alle möglichen Module wieder reparieren, verbinden müssen. Und hast du nicht gesehen. Du hast ja immer noch den Feuerlöscher. Du schläfst nur mit deinem Teddy und mit deinem Feuerlöscher, ja? Ich habe ja auch keinen Teddybären, ja? Deswegen ist das jetzt so ein Ersatz-Tennybär. Außerdem hat er... Nein. Egal. Wer weiß, wann man so einen Feuerlöscher noch gebrauchen kann. Genau. Zum Beispiel. Wenn es nachts zu warm wird, ja? In deinem Schlafsack da. Ja, zum Beispiel in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.